die gina sind auch nicht alle scheiße ist einfach nur im nahkampf halt völlig geisteskrank die waffe freunde willkommen zu einem video die wsp stinger ist jetzt am start gemeinsam mit der bal 27 haben wir eine richtig geile rebuff solo runde rausgehauen wirklich geile high kill runde mit unfassbaren situationen und was dann im endgame wieder passiert das ist der wahnsinn klasse gibt es am ende des videos schaut gerne link in der beschreibung auch bei den streams vorbei schreibt mir gerne mal rein wie eure lobbies aktuell sind aber es war wirklich eine top tier lobby ich werde die ganze zeit nur weggeschwitzt die lobby endlich wieder rasiert viel spaß dabei let's go die lobby gefällt mir irgendwie schön mit stinger und ball rein es ist geil der k max guten morgen da müssen wir ganz schnell hoch knapp aber dran läuft ok warte wo ist er jetzt wo das ärgerlich damit hat er auch nicht gerechnet nur mal die hier nachschieben oh der arme ja war so klar dass oben er noch geiert blöd gelaufen was ist das ärgerlich das ist so krank da sind nicht gerade noch wer gelandet man traut sich halt auch jetzt in nahkämpfe so mit dem side up ne macht bock das war glück ich dachte nicht dass er in der ecke sitzt oh ja wer nicht selber vergespielt der bekommt halt auch die mütze deswegen lasst uns mal hier schönen spaß haben alle oben wo willst du denn hin ich weiß nicht ob an denen überhaupt was gemacht wurde ist halt immer noch einfach krass ne ist hier noch eine luft oder wie ah ne Fiebertraum da war ja keiner der ist einfach verschwunden da war ja keiner Leute habt ihr gesehen scheiße das gibt es nicht sowas nehme ich doch gerne war da was top tier Martin ist noch alles drin ich habe sogar Dings hier oben zwei ich könnte mich einfach mal kurz beeilen wenn ich jetzt wüsste wo die hoppen muss ja eigentlich ganz oben sein ne ach du es ist wieder der gleiche mit termit weil das termit hinter mir so fackelt sehe ich ihn nicht gut genug und damit in die nächste runde warum hat ihn anscheinend verwirrt die leute ich bin wahrscheinlich ohne headset haben da hinten noch irgendwie ne irgendeinen grill an die würstchen auf dem grill und machen sich ne gute zeit hier mit controller in der hand so nebenbei noch ein bisschen zocken ich schwöre genau so ist das ah ja hopp ratz fatz ratz fatz ist der kill auch gemacht so wahl haben wir bei hier gehen wir einem 16 her die macht ihm hier auch bock yo wie schnell bin ich tot fenster endgegner woran ist er gerade gestorben eigentlich was zur hölle ist in ihm explodiert gerade keiner weiß aber ich lebe so bisschen geld bräuchte ich noch dann ziehen wir uns nämlich kurz Lodi wieder so ok da sind wir doch ah ich hab ja keinen flexburg mehr damit hat er aber auch nicht gerechnet dass ich da rein slide mhm das ist doch nice Fipsi moin ach Moskito drohne hat ihn eben geholt nuke gamer wissen wir schon wieder was für ein lobby wir sind da macht ja nix boah gar nicht schreien mach ich sound direkt aus wenn ihr wieder meinen extra sound laufen zu lassen um die gegner zu irritieren auf sehr mies unkorrekt wer wo wie auch er sogar ach du leidiger im hier schocken ach du leidiger im hier schocken so jetzt geht es hier aber los oder schocken 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 Nein, oh nein! Mausbett zu Ende. War das Klaus, Hilfe! Und über mir wieder. Der chillt ganz oben. Oh, was für Shots der Standard-Skin hat. Hä? Wieder eine auf dem Schiff. Will hier noch mal wer kommen? Ansonsten nicht können wir noch mal aufs Schiff. Was machst du hier? Warum chillst du solo auf dem Schiff? Ich verstehe es nicht. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Go, 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 jetzt komm. Ist wie gemacht beim Außen-Key, das ist halt setup. Ja, ja. Ich zieh mal lieber, weil irgendwie... Hab ich ein Glück, dass er mich nicht gesehen hat. Hab ich ein Glück. Der andere war glaube ich ziemlich gut, der hier gechillt hat. Okay, unter mir ist ein Geschenk. Hoffentlich. Jetzt höre ich wieder so viele Steps. Und er ist halt nicht mehr hier. Oh mein Gott. Schwitzer raus, ganz wichtig. Ey, ist das ein geiles Side-Up, wirklich. Nein, lass mir die Kills. Ist er hier noch? Oh ja. Aber die gehen ja auch nicht alle scheiße, ne. Ist einfach nur im Nahkampf halt völlig geisteskrank die Waffe. Ist irgendwie echt nochmal zum Shop gerade. Ja komm, passt. Hier oben. Chillt aufs Dach einfach. Schieß, schieß, schieß. Boah, wer jetzt einer auf dem Tunnel wäre kritisch gewesen. Ey, Chef. Es sind echt noch welche hier hinten. Nein, er kommt sogar. Ach du heilige Mama. Ich hätte nicht gedacht, dass er kommt. Let's go. Und letzter. Der ewige zweite. Ist das eine Frechheit. Ich geh extra in Nahkampf damit die Time2Kill besser ist. Ist das eine geisteskranke Scheiße. Zum Glück, es wäre eh nicht die 30er gewesen. Nur die 29er, aber trotzdem. Also wirklich, was war das für eine Lobby? Ich zeig gleich noch die Klasse. Ne. Ist das bodenlos? Wirklich. Unerhört sag ich. Unerhört sag ich. Also wirklich. Also aktuell, was die Wars und Lobbys mir abverlangt teilweise. Hier habt ihr die Klasse. Baut es euch gerne nach. Ihr seht alle Aufsätze. Ich habe Sonic für mehr Reichweite drauf. Ähm, ja. Das ist sie. Ganz viel Spaß dabei. Schreibt mir gerne mal unten rein, wie eure Lobbys aktuell sind. Und hier kommt ihr zum letzten Video. Schaut gerne im Stream vorbei. Link in der Beschreibung. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Das ist Tonfall. Das ist so scheiße einfach. Das kann nicht sein. Das ist immer dran. Bis zum nächsten Mal. Uma Minute.